Plötzlich hat jeder eine Taschenlampe dabei. Aber was machen Sie, wenn Sie Licht und beide Hände benötigen? Genau dafür gibt es jetzt Handsfree Techlight. Handsfree Techlight wurde für militärische Einsätze entwickelt und ist extrem hart im Nehmen. Es funktioniert eingefroren und mit einem Pickel bearbeitet. Ein Bad in kochendem Öl, es leuchtet. Handsfree Techlight übersteht sogar den Härtetest mit diesem Vorschlaghammer. Es leuchtet weiter. Und jetzt eine herkömmliche Taschenlampe. Übrig bleiben? Trümmer, die Gegenüberstellung, eine Taschenlampe und hier Handsfree Techlight. Dank des stufenlosen Zooms fokussieren Sie jeden gewünschten Lichtpunkt. Und das Beste? Dank 90 Grad Schwenkgelenk extrem flexibel. Handsfree Techlight ist technisch ausgereift und höchst funktionell. Die hochwertige LED-Lampe verfügt über drei unterschiedliche Lichtmodi, inklusive des extrem blendenden Schocklichts, das Angreifer desorientiert und Ihnen damit sofort einen Vorteil verschafft. Und das Beste? Nur Handsfree Techlight verfügt über die stufenlose Zoom-Funktion, mittels der Sie bequem vom riesigen Lichtkegel bis zum exakten Lichtspot regulieren können. Keine andere Stirnlampe gibt Licht wie Handsfree Techlight. Handsfree Techlight ist das starke Licht an Ihrer Seite. Professionelle Funktionalität ist bei Handsfree Techlight großgeschrieben. Es leuchtet klar sichtbar bis zu fünf Seemeilen, das sind über neun Kilometer. Das Stirnband ist einfach verstellbar und passt daher perfekt auf jeden Kopf. Ich verwende Handsfree Techlight beim frühmorgendlichen Laufen und wenn ich nachts meinen Hund auf die Straße führe. Nur Handsfree Techlight verfügt über das grell blinkende Schocklicht. Das Schocklicht desorientiert Angreifer und verschafft Ihnen sofort einen Vorteil. Fünf Seemeilen Leuchtkraft, stufenloses Zoomlicht, 90 Grad Schwenkgelenk, einmalig. Das ist Handsfree Techlight.